Chuck! 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 Erzähl mal was, was machst du denn gerne? Ich bin ein ESTA-Fan und kann alle ESTA-VBT-Runden auswendig. Ja, egal ob VBT oder RBA. Mach mal die HR2, mach mal die HR2. Die HR2 gegen Torgi. Ja, mach mal. Äh, warte. Mann, ich boxe jetzt den Kopf weg. Spuck die 10 mal in die Fresse, mir ist alles egal, der mich rotzbrecht. Warte. Mann, ich schalte, naja. Aber ESTA ist cool oder nicht? ESTA ist cool. Die feiert alle ESTA, ne? Die sind alle ESTA. Hast du ESTA? Ja, war schon scheiße. Ey! Ey, ESTA kann man schon feiern. Ey, ESTA kann man schon feiern. Ey, ESTA kann man schon feiern. ESTA kann man schon feiern. Ey, Gruß an... Gruß an mir und die anderen Katzenschüsseler. Ich werfe Katzen durch die Luft. Mann, gut. Mia. Sag mal was, was Nettes für dich. Ja, okay. Für Mia... Irgendwann krieg ich noch dein Arschloch. Irgendwann fick ich dich noch. Mia. Mia lässt sich auf dem Festival nicht blicken. Und schreibt... Meine Katzenschüssel sind immer vier rum. Aber irgendwann krieg ich Mia noch. Ich krieg sie noch. Und dann krieg ich ihren Arsch. Ha! Ha!